Wer war das? Weißt du, ich wollte Chris erschrecken und lauf so spontan in sein Bild und der geht mir den Regenländer. Ich weiß zwar nicht warum die gepusht sind, da war noch Feuer im Raum, aber schönes Ding. Jeder ne Tür, jeder ne Tür. Ich ähm hier. Ey, Null. Ey. Das hat aber jetzt kurz gesch- Ich komm beide hoch, beide hoch. Da kommen die zwei. Gibt das? Schütze. Das ist wie mein Bruder. Also Tristan nimmt Safe, Charmite und Castle ne? Ja. So weit. Tim, was nimmst du? Viel Spaß. Tim, was nimmst du? Am besten Recruit und Recruit. Oh. Ich baub euch gleich ein, 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 Mann! Ey, jetzt packt euch doch mal ein bisschen ab. Was ist denn los mit euch? Ich hab hier so ne allgemeine Frage in die Runde. Alter, warum heißt ein Mitch wieder von uns Klappkartoffeln? Kennt sich einer von euch aus mit Soda-Stream? Warum heißt einer unserer Freunde Bauer Gurke? Nee, ja, das ist auch so ne Sache. Vielleicht ist das noch ein Freund von Klappkartoffeln. Nee, hör mal. Ähm. Kennt sich einer von euch aus mit Soda-Stream? Nachladen! See this on YouTube! Dein erstes Instagram-Bild. Ja, das war's. Ich hab das. ... wenn du in dieser Zone bleibst. Du bist aufgeflohen. E-Klappkartoffeln. E-Klappkartoffeln. Cray. Cray-Youtube? Cray weiß ich nicht. Alter!